Flüchtlingskrise in Deutschland, wie geht das an Sie heran? Also ich habe mit Menschen gesprochen, denen geht das fürchterlich nahe und andere sagen, naja, mein Gott, man muss das politisch sehen. Wie ist das bei Ihnen? Ich hoffe sehr, und heute ist ja gerade das entsprechende Gesetz verabschiedet worden, dass den Menschen planvoll geholfen wird. Denn ich finde es absolut wichtig und ich sehe es auch als die Herausforderung für Europa, sich zu bewähren in dieser Flüchtlingsfrage. Und ich hoffe sehr, dass jetzt die Weichen gestellt sind, dass jetzt da ein planvolles Vorgehen zu erkennen ist, damit den Menschen wirklich auch geholfen wird, bei allem Herzlichkeit, mit der sie willkommen worden sind. Jetzt heißt es zu handeln, das in die richtigen Bahnen zu lenken, damit wirklich die Hilfe dort ankommt, wo sie ganz dringend gebraucht wird.